Hallo hier oben im Hotel zur schönen Aussicht. Ein Katzensprung überm Dorf, direkt neben der Piste mit Blick auf den Kaiser. Mein Name ist Amelie Grander und meine Familie führt den Betrieb schon seit Generationen. Deshalb sind wir auch regional stark verwurzelt, genauso mit den Leuten hier, mit unseren Lieferantinnen und Lieferanten und auch mit der Natur. Und die ist ringsherum schön anzuschauen, wie zum Beispiel hier auf unserer Birkenbar auf unserer Terrasse. Seien Sie unser Gast im Hotel mit schöner Aussicht, bei feiner und heimischer Küche, eventuell bei einem spektakulären Backhändel im Korb. Wir freuen uns in jedem Fall auf ein gemeinsames Yapa Du und bis bald.